In diesem Video teste ich von Iron Max den Cookie Bar in der Sorte Lemon Cheesecake. Der Riegel wurde mit einer zuckerfreien weißen Schokolade umhüllt. Vom Geruch her erinnert er tatsächlich an einen feinen Cheesecake mit einer Zitronenote. Unter der Schokoladenschicht bzw. oberhalb des Riegels befinden sich Mürbe Keksstückchen. Die Proteinmasse selber weist eine recht weiche Konsistenz auf. Bei dieser Sorte bekommt man genau das was drauf steht. Es schmeckt wie ein Cheesecake mit einer feinen zitronigen Note. Es ist vom Süßgrad her optimal dosiert worden. Selbst die weiße Schokolade ist nicht so aufdringlich und passt sehr gut zu dem fruchtigen dazu. Die Konsistenz ist eine Mischung aus leicht Mürbe und weich. Ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Sorte. Hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich nach einem Cheesecake schmeckt. Daher würde ich diese Sorte definitiv nochmal ein zweites Mal holen. Für alle, die gerne zitronige Geschmäcker mögen, ist diese Regel auf jeden Fall empfehlenswert.